Hallo und herzlich willkommen bei MenschMesh. Ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial in Affinity Designer. Heute handelt es sich um eine Benutzeranfrage und ich möchte euch erklären, wie ihr eine Cut-Kontur erstellen könnt und so quasi Druckaufträge für Aufkleber an Druckereien geben könnt. Dazu werde ich zum einen das Anlegen einer Volltonfarbe erläutern und auch die Funktion des Überdruckens. Ja, dann bitte ich euch um Verständnis. Ich bin im Augenblick sehr heiser, möchte aber trotzdem ganz gerne dieses Tutorial oder diese Benutzeranfrage beantworten. Und ihr habt jetzt im Vorspann schon gesehen, wie ich so einen kleinen Aufkleber erstellt habe. Und damit beginnen wir jetzt auch, dass ich diesen quasi einfach in meine Zeichenfläche hole. Dazu lege ich erstmal ein neues Dokument an mit Command-N. Das hier sind meine Einstellungen, eine HD-Auflösung bei 300 dpi und ich klicke einfach mal auf OK. Dann hole ich mir hier aus den Assets, ich arbeite wieder mit einer englischen Oberfläche, wobei die Assets in Deutsch natürlich auch Assets heißen, aber so können mir auch englischsprachige Benutzer besser folgen. Ich hole mir hier aus diesen Assets meine Vorlage für den Aufkleber. Die sieht so aus. Ich richte das jetzt mal horizontal zentriert aus und vertikal. Und an diesem Beispiel möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr zunächst einmal hier um den gesamten Aufkleber noch eine weitere weiße Kontur herum bekommt und wie ihr dann um die weiße Kontur herum eine Cut-Linie oder eine Cut-Kontur erstellen könnt. Das erwarten die Druckereien im Regelfall, wenn man Freiform-Aufkleber erzeugen möchte. Ich gehe jetzt mal in das Ebenen-Panel. Wie ihr seht, habe ich die Zeichnung hier in einer Gruppe zusammengefasst und von der Gruppe erzeuge ich jetzt mit Command-J ein Duplikat. Ich nehme mal jetzt das untere, das Original, und hier möchte ich die Gruppe auflösen. Das mache ich mit Shift-Command und G. Ich schaue da nochmal rein. So, jetzt nochmal Shift-Command und G. Die Gruppe ist aufgelöst. Und wie ihr feststellen könnt, kann ich hier oben bei den Optionen noch nichts geometrisch zusammenfassen. Ziel ist es nämlich jetzt, dass ich quasi alle Außenkonturen zu einem Objekt zusammenfasse, und zwar hier über die Geometrie. Dazu löse ich einfach die einzelnen Gruppen auf, mit Shift-Command und G. Hier auch, Shift-Command und G. Und dann habe ich hier noch eine, die löse ich auch auf. Jetzt habe ich hier alle einzelnen Elemente. Hier habe ich noch hineingeschachtelte Kreise, die lasse ich da drin. Und das sind ja keine Gruppen, sondern das sind quasi Schnittmasken. Und jetzt markiere ich mal alle, fange hier bei dem untersten Layer an und gehe hier rauf bis zu diesem Layer. Und die mache ich jetzt quasi zu einer Gruppe. So. Die Füllung interessiert mich hier eigentlich überhaupt nicht, deswegen kann ich auch hergehen und sagen, die Füllung mache ich unsichtbar. Mich interessiert hier die Kontur. Und mit der Kontur, ich lasse die jetzt mal auf schwarz, ich werde die nachher auf weiß ändern, aber in schwarz könnte es jetzt besser erkennen, möchte ich hier über das Kontur-Panel die Kontur zunächst einmal nach außen legen. Das macht man über diese Schaltfläche hier, die Ausrichtung nach außen. Und dann erhöhe ich mal einfach hier die Weite oder Breite der Kontur und ihr könnt sehen, wie jetzt quasi diese Kontur außen herum wächst. Jetzt ist das ja noch eine Linie. Ich möchte daraus jetzt eine Form erstellen. Und das könnt ihr machen, indem ihr quasi die Kontur über das Menü Ebene erweitert. Ich mache das immer über Tastaturkürzel. Das Tastaturkürzel ist Shift, Command und E. Und jetzt ist das quasi eine Form. Ich wechsle mal zum Knotenwerkzeug. Jetzt könnt ihr erkennen, dass ihr hier quasi nur diese Form habt. Ich kann auch die anderen Sachen mal gerade ausschalten. Das ist also jetzt das Resultat. Ja, und die Innenkonturen, die braucht ihr eigentlich gar nicht. Jetzt gibt es hier eine schöne Funktion, auch wieder über die Geometrie. Ihr seht jetzt, dass hier bei der Geometrie das die einzige Funktion ist, die ihr ausführen könnt. Und damit könnt ihr diese zusammengesetzte Kontur in ihre Einzelteile zerlegen. Das mache ich jetzt mal. Und jetzt seht ihr schon, ihr habt jetzt hier verschiedene Einzelteile. Das unterste ist meine Außenkontur und alle anderen Teile benötige ich überhaupt nicht. So kann man sich also das Löschen einzelner Knotenpunkte sparen. So, und jetzt habe ich nur noch diese eine Kontur hier. Ich schalte jetzt einfach mal wieder die andere Gruppe ein. Und jetzt ändere ich noch die Farbe auf Weiß. Und zwar hier die Füllung auf Weiß. Und ihr könnt jetzt noch diese Kurve hier glätten. Das reduziert die Anzahl der Knotenpunkte. Und machen könnt ihr das, indem ihr hier oben auf diese Funktion geht. Die bekommt ihr nur, wenn ihr das Knotenwerkzeug ausgewählt habt. Und ich drücke mal drauf und ihr seht, was passiert. Ich drücke da mehrfach drauf. Und ihr seht, dass das mal mehr, mal weniger Punkte werden. Aber insgesamt werden es im Regelfall weniger. Und das bedeutet eben auch, dass die Datei kleiner wird. Und es wird versucht, die Kurven zu glätten bei weniger Knotenpunkten. Und jetzt ist das Ziel noch, diese Außenkontur in dem 100% Magenta anzulegen. Das ist die Farbe, die viele Druckereien für die Cut-Kontur haben möchten. Dazu gehen wir jetzt wie folgt vor. Ihr geht als erstes mal hin und erstellt eine neue Dokumentenfarbpalette. Das macht ihr hier oben über das Menü in dem Panel. Und sagt neue Dokumentenfarbpalette. Die hat noch keinen Namen. Oder ist noch unbenannt. Ich benenne die jetzt mal um in Aufkleber. Beziehungsweise Sticker. So, jetzt brauchen wir hier nach Angaben der meisten Druckereien eine Volltonfarbe mit 100% Magenta. Die lege ich als globale Farbe an. Und außerdem möchte ich die Farbe noch so konfigurieren, dass sie quasi überdruckt. Das heißt, sie wird über alle anderen Farben drüber gedruckt. Was bei Schwarz zum Beispiel Standard ist. Ich gehe hier oben wieder in das Menü. und sage jetzt eine globale Farbe hinzufügen. Ich kann jetzt hier oben den Namen festlegen. Und das ist ein weiterer Punkt, den viele Druckereien erwarten, dass ihr die auch korrekt benennt. Zum Beispiel Cut-Kontur. Manche Druckereien möchten das Kontur hier groß geschrieben haben. Da müsst ihr halt darauf achten, wie die Druckerei eurer Wahl das gerne haben möchte. Dann aktiviere ich hier unten das Overprint und dann ziehe ich erstmal den Schwarzkanal auf 0 und den Magenta-Kanal auf 255, was 100% entspricht. Dann sage ich hinzufügen. Und jetzt könnt ihr hier sehr schön erkennen, dass diese Farbe zwei kleine weitere Symbole enthält. Einmal dieses Dreieck hier unten, das steht für globale Farbe. Und hier oben, diesen Viertelkreis, der steht für überdrucken. Das heißt, diese Farbe wird über alle anderen Farben in eure Ausgabe gedruckt. Oder aber von der Druckerei wird diese Farbe, genau diese Farbe herausgenommen, um aus der PDF-Datei, die wir gleich erzeugen werden, die Cut-Kontur auszulesen. Ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch bei diesem Objekt die Farbe auf die Cut-Kontur stellen. Und damit wären wir schon quasi damit durch. Ich nehme die Cut-Kontur hier mal wieder raus, denn es gibt einige Druckereien, die erwarten die Cut-Kontur in einer eigenen Ebene. Und hier würde jetzt ja das Weiß noch zu dem Aufkleber zählen. Ich erzeuge jetzt mal hier oben drüber, über dieser Gruppe, eine neue Ebene. Und dann erzeuge ich mir hier unten von diesem Objekt, dessen Außenkante ja quasi meine Cut-Kontur ist, ein Duplikat, schiebe das in diesen Layer rein, den Layer, wenn er nicht um, in Cut-Kontur. Und bei dem Objekt nehme ich jetzt die Füllfarbe raus und die Kontur setze ich hier auf meine Cut-Kontur-Farbe. So, das wäre jetzt die Vorgehensweise, wie ich diese Cut-Kontur anlege. Und ihr könnt hier sehr schön sehen, ich drücke mal die Space-Taste. Mit Space könnt ihr ja die Markierung kurzzeitig aufheben. Und ihr seht jetzt hier sehr schön, oder ich gehe mal ganz raus, so seht ihr jetzt diese 100% Magenta Cut-Linie. Ja, jetzt müssen wir das Ganze noch für eine Druckerei exportieren. Auch hier haben die Druckereien wieder unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich werde jetzt mal zwei hier demonstrieren. Die einfache Variante ist die, dass ihr dieses ganze Dokument einfach als PDF-Dokument speichert. Und zwar wie folgt, ihr drückt Shift, Option und Command gemeinsam mit S. Kommt hier in den Export-Dialog. Ihr wollt das gesamte Dokument exportieren. Ihr könnt jetzt noch hergehen und euch hier mal anschauen, was Affinity Designer sonst noch machen würde. Ich habe hier keine Pixel-Bilder drin, beziehungsweise es könnte sein, dass hier unten der Pixel-Layer gerendert werden muss. Und das soll bei mir in der Dokumentenauflösung erfolgen und dies 300 dpi. Hier könnt ihr auch schön das Overprint Black sehen. Das ist Standard, dass schwarz über alle anderen Farben gedruckt wird in der Drucktechnik. Das kann man aber auch rausnehmen. Ja, ich habe hier keine besonderen Schriftarten drin. Ich habe alles in Kurven umgewandelt. Deswegen brauche ich auch keine Fonts. Mit Exportieren, es sind gar keine drin. Ich gehe einfach auf Close, ich brauche hier nichts weiter ändern und sage jetzt exportiere mir mal diesen Aufkleber. Ich habe hier jetzt einen Ordner Export-Druckerei und benenne jetzt mal hier meinen Aufkleber. Happy New Year und Cut Contour inklusive. Und damit habe ich schon mein erstes Dokument erzeugt. Wir gucken uns das jetzt auch mal an. Hier sehen wir jetzt das PDF-Ergebnis in der Vorschau. Ich zoome mal ein Stück weiter rein. Und ihr könnt hier sehr schön die Cut Contour erkennen, die sich die Druckerei dann nach dem Druck herausliest, um hieraus entweder eine Plot-Datei zu erzeugen, wenn die Aufkleber geschnitten werden, oder eben eine Stanzform. Das ist die eine Variante. Ich wechsle jetzt nochmal zu Affinity Designer und zeige euch die zweite Variante. Es gibt Druckereien, die möchten ein PDF-Dokument mit zwei Seiten. Und zwar auf der einen Seite die eigentlichen Druckdaten, für den Digitaldruck zum Beispiel. Und auf der nächsten Seite die Cut Contour. Und zwar alleine, quasi schon freigestellt. Man könnte das jetzt so machen, dass man hier die einzelnen Teile ausblendet und sagt, ich lasse jetzt hier nur die Cut Contour an, erstelle daraus ein PDF. Dann nehme ich das andere Teil und mache genau die Cut Contour aus und erstelle daraus ein PDF. Und diese beiden PDF-Deteilen füge ich dann zusammen. Es geht aber auch direkt aus Affinity Designer heraus. Das zeige ich jetzt mal, wie das geht. Ich nehme hier mal das Artboard-Werkzeug und sage, erst mal nimm alles, was ich habe und mache daraus ein Artboard. Dann kopiere ich das Artboard. Entschuldigung. Dann erzeuge ich ein Duplikat mit Command-J. Dieses Duplikat verschiebe ich nach rechts, links oder oben, unten. Und jetzt habe ich zwei Artboards. Dieses hier, das benenne ich jetzt mal um, das wird auch meine Cut Contour. Und das hier wird mein eigentlicher Druck oder Print. So und jetzt gehe ich hin und stelle in den jeweiligen Artboards einfach das an beziehungsweise aus, was ich benötige oder nicht benötige. Hier ist die Cut Contour schon ausgeschaltet. Ich lasse die ausgeschaltet. Und in der Cut Contour selber nehme ich hier einfach alle anderen Ebenen raus. Ihr könntet auch die Ebene direkt löschen. Jetzt habe ich hier die Cut Contour und hier den Print. Ja, und jetzt brauche ich das Ganze nur noch komplett zu exportieren. Dazu wieder das gleiche Tastenkürzel wie vorhin. Shift, Option, Command und S. Ich möchte jetzt das ganze Dokument, das ist wichtig, dass das ausgewählt ist. Das heißt also, es werden beide Artboards jeweils auf einer Seite exportiert. Dann geht ihr hier auf Export. Ich nehme den gleichen Dateinamen, aber nenne das hier hinten nicht inklusive, sondern separat. Und auch die Datei schauen wir uns jetzt nochmal an. Ja, und hier könnt ihr jetzt sehr schön erkennen, wir sind wieder in der Vorschau. Ich habe ein zweiseitiges PDF-Dokument. Auf der einen Seite habe ich meine Printdaten und auf der anderen Seite habe ich die Cut Contour. Ja, das war es zum Thema Cut Contour und auch mal gezeigt, wie ihr die Überdrucken-Funktion verwenden könnt. Das möchten nämlich manche Druckereien so, dass quasi die Cut Contour in einer Farbe, die im Überdruck eingerichtet ist, von euch generiert wird. Ich hoffe, es hat euch etwas weiter geholfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Die Affinity Designer-Datei könnt ihr wie bei den meisten meiner Tutorials von meiner Homepage runterladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt mir auf Twitter folgen oder hier auf YouTube oder auf Google+. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für eure Treue in 2017, für eure vielen Likes, für eure Kommentare, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich wünsche euch für das neue Jahr alles erdenklich Gute, einen guten Rutsch. Und wir sehen uns wieder in 2018 bei MenschMesh.